Ayo, was geht von der IconStopp für euch, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Resident Evil 6 in Daliumpa Kampagne Folge 2, wir sind das letzte Mal hier unten stehen geblieben und es geht auf jeden Fall weiter im Konzept, Digga, es geht weiter, es geht weiter, ich hab auf jeden Fall Bock heute, mal gucken, wie weit wir heute kommen, So, haben wir erstmal ein bisschen Munition, wie ist das, man kennt, dann haben wir hier noch ein bisschen Dingenskirchen, so würde ich sagen, abgeht, Junge, rein da, ah, jetzt können wir das doppelt drücken, perfekt, okay, Bruder, ganz, ganz schlimm, Kokos mit Zwiebeln, Okay, der erste Bruder macht schon mal mies den Eindruck, als würde der Stress machen wollen, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott, was war denn das, Digga, er läuft, was hat mich denn hier erwischt? Du gottlose Boah, ich bräuchte mies Heilung, ja, wallabilla Aber ganz mies, Digga Bis mich persönlich so ein bisschen schutzig, wir haben bis jetzt kaum Heilmittel gefunden Das ist ein bisschen assig. Ja, ist ja klar, Junge. Lutsch mir doch die Eier. Gib mir doch mal ein bisschen Heilungsscheiße, ja? Boah, der sagt ehrlich, lauft einfach vorbei. Ist mir scheißegal. Ich lauf da einfach vorbei, guck mal. Und schon lassen die alles fallen. Was brauche ich mich hier anstrengen? Siehste. Was hat der gesagt? Zombie Express? Bester Mann. Walla, Digga. Bester Mann. Ich so brauchst du auch mal dazu, um gar nicht zu verschwenden, so wirklich. Ich so. Ich so. Ich so. Ich so. Schau. Ja, was ist das, ja? Fischkinder Missgestalten mit Kokos Mieser Hund Hundesohn Was? Kurz auf Seite, Junge Holy Shit So, starke Scheiße Guck mal, erst so wieder ein bisschen Moon Das passt schon Life doch super Und Fisch Äh Hoch hier Aber das geht wirklich wie damals Stark Und weg hier, Junge Weg hier, weg hier, weg hier Genau im richtigen Moment Oh nee Oh nee, verpiss dich Die Viecher fliegen schon Einen richtig viel Schaden zu Das ist auf jeden Fall nicht ohne, ne? Junge, du Hund So ganz einfach ist es nicht Muss man schon sagen, was? Junge, willst du mich verarschen? Was sie teilweise nehmen, ist das ja Das ist ja apathisch Das ist ja wirklich apathisch, Alter Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Ohne Witz Was für ein Scheißtag Scheiße, lau'n wir weg, Digga Renne einfach weg Macht ja keinen Sinn, gegen dich zu kämpfen Das sind viel zu viele, Digga Achtung, Entzug Toll Ganz toll Ganz toll Macht ja Spaß Wieso, ich will doch nachher Ich war doch nicht Ich dachte, der kommt von vorne, Junge Och, lutsch mir doch die Eier Ich dachte, der kommt von vorne Okay, jetzt wissen wir's Ich glaube, ich werde noch auf dem Spiel draufgehen, sag ich du es ist Ich werde, glaube ich, noch sehr auf dem Spiel draufgehen Aber mir gefällt die Animation, wenn man rennt, dass die Kameras unten rechts Das finde ich ganz cool Achtung, Entzug Ohne Witz Bedeutung Ohne Witz Không Stärke, Digga Das ist auch noch mal Munition. Nimmst du alles mit? So, Junge. Jetzt haben wir es gecheckt. Was ich mich jetzt noch frage, da waren irgendwo Kräuter, Digga, wo sind die Kräuter? Langsam fuckt ihr mich ab, ich schwöre, wallah. Ich habe doppelte Knarren? Warum sagt mir das keiner? Oder Doppelpenetration. Ich will mich da drinnen mal umsehen. Helfen Sie mir rauf. Lassen Sie mich hier nicht zurück. Oh, kriegst du Angst, Leonie? Okay. Ja, dreckigen Fickfehler. Der altbekannte Schwein. In jeder Main-Stream-Box, der Auto ist spannend vorhanden. Aber gut, dass du so zwei Knarren hast, Digga. Wusste ich gar nicht. Jetzt wirklich, ich habe es vergessen. Aber mir habe ich kein gutes Gefühl. Vor allem. Wo kommt's? incke. Es ist ja wirklich so, wenn du auf den Kopf ziehst, drei Schüsse, die sind da unten. Wenn du so normal ziehst, Digga, 100 Schüsse, die sind immer auch nicht da unten. Was ist denn jetzt, hier? Ich f*** dich mit deinem Hammer. Halt eure Nase. Stirb, du Opfer. Elendiger Hund. Kedira ist dein elendiger Hund, denn ohne Ari hättest du deine Lena nie gebumst. Oh cool, Spring-Ladungssets, Dingens. Noch mehr. Ein bisschen Munition. Das ist kein gutes Zeichen. Das bedeutet Action. Ach du Scheiße. Was soll das? Hey, hey, machen Sie die Tür! Schnell! Die Fette. Ich muss Peter retten, bitte! So werden wir nie bei der Katenrale ankommen. Na los, wir müssen sie da rausholen. Roger. Aufmachen! Bitte machen Sie auf! Warum? Halt, nein! Nicht aufmachen! Die Behinderte. Peter, Peter, bitte! Haltet euch! Ich komme! Double Action, Digga! Oh, du Huren so. Walla, Billa! Du Huren so. Was ist auch wichtig? Was sind nicht so? Du Huren so. Aufmachen! Achse. Vielen Dank. Alter, was die schlucken, Junge. Das ist ja abnormal. Entschuldigung. Oh, fuck. Ja, komm mal her. Ah, easy. Bitch. So, Digga. Aber ich schwöre, ein bisschen Heilung könnte noch springen. Ey, Digga, leck mich doch, Alter. Willst du mir auch mal helfen? Ach du Scheiße, wie viel habe ich denn hier? Krass, susse ich gar nicht, hä? Okay, also habe ich noch ein bisschen Leben gehabt, Alter. Scheiße. Gut, Sie haben es geschafft. Von da aus erreichen Sie die Straße. Wie sieht die Lage da oben aus? Ziemlich schlecht. Hölle auf Erden ist keine Übertreibung. Okay. Das heißt doch nichts Gutes. Alter, das wird schon schief gehen. Ab geht der Junge. Was zum fixen Cuties? Was zum fixen Cuties? Oh, hm. Hm. Sie müssen durch diesen Teil der Stadt, um zur Kathedrale zu kommen. Bleiben Sie auch empfang, falls Sie Probleme bekommen. Und? Okay, das ist ja nicht so gut. Das ist ja nicht so gut. Ich helfe ihnen! Na komm, Junge, zie! Bezug zum Edeldruck! Die Hölle auf geht! Schnell, wir keine Zeit mit denen! Die Hölle auf geht! Okay, okay. Ach du Scheiße Weck her, weg her, weg her Weißt du was? Er hat was Du Missgeburt Er ist weg. Ja, hunden, ja. Warte. Die Huhne nimmst du mit. Wo bist du? Papistik. Er kann schießen, willst du mich verarschen? Boah, nee, Junge. Ruf mich denn jetzt, umgekehrt. Jetzt ist es zu spät, jetzt kannst du es vergessen. Willst du mich verarschen? Okay, komm, hol'as. Und warte Komm, beide Geil, der Zell verschönt Ey, Junge, was? Von wo? Äh Hallo? Mann, verpiss dich doch, Digga Heilige Scheiße Ah, ich kann es so, ich gehe mehr verdrücken und dann kommen wir raus Super, ich habe gar keine Heilung mehr Ah, ganz toll, ganz toll Super toll, wirklich mega Hat ja sehr viel gebraucht, die Heilung Schon wieder bin ich im Arsch Also entweder bin ich wirklich mega schlecht, das Spiel ist wirklich knackig Warum, Schwierigkeitsgerade, ja Ich glaube, ich habe es damals auch leicht gespielt Auf jeden Fall sicherer für Sie als draußen Vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen Ich habe gesagt, wir müssen uns beeilen Boah, jetzt hätte ich ja einkraut, Junge, ja, Mann Oh, mein Nase Will ich es gestolpere die ganze Zeit? Was ist das, ein Waffending? Kriege ich eine Schrotflinte? Oh, komm Komm her Du Hund Warte, hier rein? Ja Toll Feier ich So Oh, nee B sagt mir jetzt nicht, dass ich das nicht rein kann Ach, DGS war so klein Finde den Schlüssel Okay, warte Wetten, die stehen auf? Safe Ja, was hab ich gesagt Ja, was hab ich gesagt Was hab ich gesagt Der Peach Oh, Junge Hat der noch was? Ja, hatte Oh, je, warte Ist das ein Schrotflinte? Oh, yes, baby Das ist die Shotgun Endlich war der war, womit man anarbeiten kann Alter Was bist du für ein Hässler? Oh, nee Was ist das? Ein Schwanzmagnet? Hat der auch ne Shotgun Dieses Kreischen Die Nägel ab einer Steig Oh, nein Dieser Fickfeeder Ja, es liegt ein Buster Ja Das war's, Michael Du Hund Nee, das war's Was ist zum Fallen? Ja, der Hui Honegan, die Tür ist zu Verdammt, kommen sie irgendwie über das Tor? Es geht, es geht Hier ist gar nichts mehr Lass mal diese machen Schafft ihr das? Ach, du Idiot Ja, ganz toll, Alter Super, ganz großartig Mach mal auf hier Weck hier, Junge, weg hier Steig Du musst halt so gut es geht auf die Schädel ziehen, aber geht halt nicht immer Das Yellow Mastard, was auf Dings Senf Oder? Nein Nein Ich will nicht sterben Überlebende, los Wir müssen ihnen helfen Schmerz, schmerz, schmerz Schmerz, schmerz Schmerz, schmerz Schmerz, schmerz Schmerz, schmerz Schmerz Eliminieren sie alle verhindern, ja, großartig Alter, leck mich doch am Arsch, du Hund Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe Hilfe, Hilfe, bitte Warte Auf die Köpfe ziehen Sie sind doch Polizist, Sie können das Das ist mein erster Tag, Marc Wie soll ich in diesem Chaos zielen? Ah Sein erster Tag, den hat sich noch nie anbestimmt An seinen ersten Tag Aber das stimmt doch geil Holy moly, Mann Och, Digga, mich das abfuckt, Junge Es ist so behindert gescriptet teilweise Es ist so behindert gescriptet Guck mal, jetzt alles von Anfang Guck mal, jetzt alles von Anfang Guck mal, was jetzt ist Nein Ich will nicht sterben Überlebende, los Wir müssen ihnen helfen Guck 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 Ja, läuft, Junge. Schießt auf das Benzin! Wir befördern Sie ins Jenseits! Ja, hat sehr gut geklappt. Ach so, auf das Benzinschießen. Ich dachte auf die Kanister, ne gut. Da macht sie nicht. Hey, Los! Hier ist es sicherer! Das ist ein Waffenlader. Wollen wir Nachschub? Was meinen Sie? Okay. Also wo ist das gute Kraut hin? Na, ganz toll. Okay. Na gut. Na gut. Na gut, na gut. Was? Äh, da da raus gegangen sind? Was, wenn Ihre Gesundheit abläuft? Und das Behältnis aufzufü- achso. Oder sei halt noch lauter Wolle. Ja, ich! Und zwar hier oben! Jetzt verschwinden Sie! Na los, Mann! Öffnen Sie! Lassen Sie uns rein! Vergessen Sie! Diese Dinger sind überall im Laden! Entweder beseitigen Sie sie oder die Tür bleibt verschlossen! Wofür hält der uns, Kammerjäger? Ist doch voll mitlaufen, aber können wir nicht usen. Ja! Okay, ich hab... der hat zwar... Ich weiß nicht, was das genau ist, aber... ...scheint eine geile zu sein. Was ist denn der Kollege hier? Oh, leck mich doch im Arsch, Junge! Ja! Peter, helf mir! Hör! Nehmt ihr meine Hand! Gehege! Gehe! Jede! Liedt ihr nicht den Helden! Ihr hattet uns doch nur auf! Was ist nur los mit ihnen? Ist ihr nicht ihre Freundin? Was ist das Mama? Na ah! Ah, der Bronfen hat die Gare. Chillig. Oh, wie besser das Aiming. Oh, wie ich das hasse, Mann! Super, feiere ich. Ich habe noch ein Heilungsspray. Ich habe noch ein Heilungsspray. Nein, weg! Geh weg von mir! Nein! Und jetzt? Was ist mit ihm? Was passiert mit ihm? Na klar. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh Gott, an die Strecke kann ich mich erinnern. Ich glaube, hier bin ich damals nicht aufgeschaltet. Ich glaube, hier bin ich damals richtig aufgeschaltet. Ich bin da raus, ne? Oh, Junge! Ja, das ist leider so, irgendwie... Du erkennst nichts. Stirb. Oh, nicht schon wieder, Alter. Danke. Das ist geil gemacht. Ist auch realistisch, weißt du, ich mein? Mach auf, du Penner. Du Pitsch. Hellers! Get up here! Stark, Juni. Und? Das war ganze Arbeit. Ihr habt Glück. Es müsste gleich ein Bus kommen, der mich abholen soll. Falls wir den erreichen, geht es direkt zur Tall Oaks Kathedrale. Von dort hätten Leute evakuiert, habe ich im Radio gehört. Aber wie gesagt, falls. Drausen ist die Hölle los. Wir warten nicht auf nachzügele. Der ist nicht gut. Wir nehmen den Ausfall. Wir haben 4-0 von gerade die Flüsse bewegt im Radio-Aspur. Wir werden bei glowingem von ihnen verraten. Wir werden mit gutemivem ấnregen. Wir werden mit gutemivem sein. Ich bin Hawaii... Ja, ich bin ich euch... Ihr seid das schweiße. Wir gehen nicht an den anderen Angriff. Ich bin ja, ich bin ja... Ich bin ja, ich bin ja... Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Er will mich auch fressen, und er frisst mich auf. Was soll ich machen mit 2 AP? Sag mir das, was soll ich machen mit 2 AP? Dieses fette Schwabbel-Schwein, alter, mehr frisst, diggerlts. Ach, komm Junge. Mein Armerlinger-Stick. Oh, Junge. Och, Bruder. Die Steuern muss irgendwie so deppisch, alter. Heilige Scheiße. Komm, mach zu. Hoch oder was? Ist hier noch was? Hab ich hier was übersehen? Nee. Weg hier. Weg hier, weg hier. Ach, du Scheiße. Oh, Junge, wenn ich das nicht aktiviere, wieder. Ja, Bruder, weich halt alles aus, Junge. Spuck mir so richtig ins Gesicht, Bruder. Ja, das feier ich. Ist er das? Ja, Flixbus. Ja, geht doch weg. Okay. Okay, ich weiß, ich weiß nicht, okay. Ich kann jetzt wenigstens, jetzt weiß ich wenigstens, jetzt weiß ich wenigstens mit meinem Ding jetzt macht. Wenn ich zu nahe komme, einfach schlagen und so, ne? Oh, ist da ganze Mechanik nutzen. Adas, komm. Oh, f*** doch die Wand an. Oh, f*** doch die Wand an. Nicht jetzt, Mann. Nicht jetzt, Mann. Geh, Geh! Geh, Geh! Geh, schnell! Geh, Geh, Geh! Heilige Scheiße! Junge! Gold habe ich, okay? Ach so, Rang A! Komm an! Erkennungsmark erlangt! Das ist Kapitel 1 gewesen! Stark! Okay, Bro! Sie können jetzt neue Fähigkeiten kaufen! Was habe ich denn hier? Äh... Geringfüge und Stärke von Schutzwaffen... Machen wir das auf jeden Fall! Äh... Dann... Das Gunsave... Und... Was ist das? Auf jeden Fall auch! Was ist dieses Keine und... Ah... Ausrüsten? Stark, okay! Haben wir das? Okay, das macht das ganze Spiel, sag ich mal, ein bisschen einfacher, Digga! Oh Gott! Rückstoß und so weiter! Weil das fuckt halt total ab, wenn du so schießt und die Schüsse gehen irgendwo hin, aber nicht da wo du willst! Neunzig Prozent der Bevölkerung von Toll Oaks sind mit dem Virus infiziert! Es sind umgerechnet etwa 70.000 Personen! Uns wurde außerdem gemeldet, dass sich die Organisation Neo Umbrella gerade zu dem Angriff bekannt hat! Neu Umbrella! Ich weiß, was sie denken! Ja! Ein zweites Raccoon City! Mehr habe ich nicht für sie! Und jetzt brauche ich ihre Hilfe! Ich brauche alle Infos über die Kathedrale! In mir sitzen die Schlipsträger im Nacken! Schlipsträger? In diesem Fall... Derrick C. Simmons! Der nationale Sicherheitsberater! Festhalten! Das ist natürlich jetzt ganz großartig! Wir sind jetzt aber ganz mies im Arsch! Zeit! Ich bin jetzt! Ich bin jetzt nicht richtig! Ach, ich bin jetzt nicht falsch! Scheiße, diegüge! Mach von mir! Hä? Schreck! Er nimmt den Köder! Schreck! Der Käpt'n ab! Holy moly! Heilige Scheiße! Ich finde die Paarentziehung mit dem Bodenblieben und so weiter, finde ich schon sehr geil gemacht. Das bringt so eine gewisse Spannung mit dem Smoothman rein, finde ich das geil. Ach du heiliger Fokus Strohsack, holy shit, Autsch! Das hat gezwiebelt! Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Nein, 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 nein! Gleich Shisha und Film gucken, ich hab' los! Nur um dein Sohn zu sterben. Wir können nicht länger hierbleiben. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Wir müssen weiter zur Kathedrale. Heilige Scheiße, Digga! Zwiebeln und Gucke! Meine Mutter ist fett! Guck mal, Bruder! Guck mal, wenn ich jetzt hier vorher bin! Guck mal, diese Frame Drops, Digga! Irgendwie sind wir immer noch am Leben! Aber ist es okay! Wir schlagen uns über den Frieden und in der Kontrolle durch! Willst du viel wärst du selbst besser? Ich wollte es jetzt noch mal für PS4 kaufen, weil ich hab' die PS3 Version da gehabt, Digga! Und Gott sei Dank ist die Performance hier nicht so schrecklich wie bei Dead Island, Digga! Das konnte es dir gar nicht geben, Digga! Da musste ich wirklich zur PC-Version greifen, weil es nicht so schlimm war! Aber hier ist es okay! Na gut, Juxer, würde ich aber sagen, wir machen jetzt hier... Wir sind jetzt schon bei über 50 Minuten! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn dem Besuch ist, lasst gerne ein Abo da! Wir sind dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil 6! Bis dahin, checkt ihr mich zum Fisch für die Zwiebeln! Und haut rein!